Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Story Mode. Die Sache mit dem Portal. Komm ey, ich geh vor. Ich bin gut darin, den Helden zu spielen. Wir führen das sofort. Oh, ich hab Angst. Was erwartet uns auf der anderen Seite? Ich würde mich ja bei Kuchen freuen. Bisschen Kuchen? Nein, Wasser. Okay. Aber auch kein Monster. Nö. Komm, den Hampelmann hau mal um. Mit so coolem Schwert. Oder auch nicht. Und weg. Naja. Wenn man mir denkt, was wir in der letzten Folge alles überlebt haben. Ja. Wo sind wir? In der Nacht. In der Mitte des Niemals. Vielleicht sollten wir uns auf die Nacht schäuert. Es ist gefährlich, wenn es so schäuert ist. Ich dachte, wir sind nach einem Tempel. Wir schauen für ein gigantisches Gebäude. Es sollte ziemlich obvious sein. Ivor sagte... Nein, Ivor sagte... Well, dann, vielleicht ist das Tempel. Ich bin sargastisch. Axel, komm mal. Wir müssen eine Schäuze. Ich dachte, das war was ich, aber... Wenn ich immer die, die entscheiden muss. Komm, hier... Ich auch. Keine Ahnung. Dieses, wir brauchen für ein Baumhaus wohl länger. Und da finde ich schlauer, erstmal nur eine Hütte zu bauen. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. Ich finde, das wäre da lustig, diese Animation. Lasst uns so einfach reingehen. Mann, Mann, Mann. Dass ihr immer so viel diskutieren müsst. Der Mond. Und das Feuer. Ich finde den Style so lustig. Ja, okay. Ich sehe schon. Das ist gerade nicht so die gute Stimmung. Oh, Mann. Was? Ich werde dir etwas erzählen. Du musst dir nicht sagen, dass du nicht zufrieden hast. Was ist das? Ich habe Kuchen. Eine für mich. Eine für Olivia. Eine für Jesse. Danke, Axel. Was ist mit Lucas? Was habt ihr denn alle gegen Lucas? Ich mag den mittlerweile. Können die noch teilen? Ich finde ihn mittlerweile gar nichts mehr so schlimm. Hm. Oh. Wenn du zu tun hast, was du lieber kämpfst? 100 Chicken-Sized Zombies? Oder 10 Zombie-Sized Chickens? Ah, Axel. Ah, Axel. Du bist selbst. Es gibt nichts lustiges über das. Petra überhaupt nicht. Sie würde uns auf unsere Spirits halten. Wenn ich sie wäre... Ich weiß... Es fühlt sich falsch. Okay. Dann, uh... Wir sollten uns ein bisschen resten. Wir müssen uns zu schauen, für den Tempel so schnell wie möglich. Jetzt... Meine Meinung ist, wenn wir in der Portal und ein bisschen verbrechen... Nein! Was machst du? Ich habe etwas mit dir gemacht? Ich würde wirklich wissen, weil du immer auf meine Case für was für keinen Grund. Er hat nur versucht zu helfen. Siehst du? Entschuldigung, Jessie. Ich werde nicht hier sitzen und hören uns zu diesem Mann erzählen uns was was. Ich versuche nur zu sein, für morgen. Du bist der einzige, mit diesem schrecklichen Jacket. Nicht erzählen uns was zu tun. Geh das... zurück. Nein! Ich würde nicht. Ich werde mit diesem Jacket weil ich weiß, wie zu bauen. Aber das bedeutet, dass ich nicht weiß, wie zu verbrechen. Deine Gefahr nicht schreien mich jetzt, dass wir wissen, wie Sie sind. Ich bin eher auf Lukas Seite, es tut mir leid, Axel, aber... Ich bin eher auf Lukas Seite, es tut mir leid, Axel, aber... Nein! Nein! Punkt. Ich habe dir schon mal einen Keks gegeben. Mach mir kein schlechtes Gewissen. Wow! Es kann hier regnen? Oh Gott, sonst würde er jetzt da draußen stehen und weggehen, während es gerade regnet. Nein! Was ist denn Axel auch so aggro? Nur wegen der Sache mit Petra, da habe ich noch irgendwas verpasst. Sicherheit geht vor! Und ich mag Lukas! Ich werde das wahrscheinlich alles noch bereuen. Das denke ich mir bei Telltale-Spielen immer. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, das werde ich alles noch bereuen. Yay! Morgen! Und Sonne! Mal, Jungs, reißt es euch mal zusammen. Was ist für gerade alles so friedlich? Viel zu friedlich! Ist das... Ich merke die Musik. Oh, ich merke die Musik. Was ist dieses Ort? Das ist, was wir versuchen, herauszufinden. Das ist das Tempel der Ordnung der Stein. Lukas, bist du sicher? Er ist richtig. Schau. Lass uns reingehen und das herausfinden. Nach diesem Ladebrüche. Lass uns alle bemerken. Okay. Wenn du nichts spottst, schau es raus. Wir haben nicht viel Zeit. Ist es nicht weirrt, wie die Spenzer sind, wie spookige kleine Gesichter? Was? Was war das? Ah, das sieht doch Spinni aus. Ich glaube einfach mal geradeaus. Viel mehr Optionen habe ich ja auch gerade nicht. Komm schon, Spinni, Spinni, Spinni! Ahhhh, Wum. Ahhhh, Wum. Ahhhh! Mir sehen gerade ganz viele Pallen aus. Hab ich das Gefühl. Oh, come on! Sie hat ihre Fälle? Ich dachte, wir waren Freunde. Run! Ahhhh! Ahhhh! Oh Gott! Ich hab's, ich hab's nicht. Ich war doof. Oh, ernsthaft. All right, everyone, empty your pockets. Let's see what we've got to work with. I have a few sticks left over from building the shelter last night. I've got some flint and a piece of string. All I have are some chicken feathers I picked up after that chicken machine exploded. I've got some flint and steel, a sword, oh, and some string from a spider that I fought in the woods earlier. String, sticks, flint and feathers. Wollt ihr mich verarschen? Was baue ich denn da raus? Bogen, Pfeil, Angel. Bogen, Pfeil, wenn ich ein Pfeil drauf schieße? Ich hab vier Stöcker und ich brauch... Okay, ich glaube, ich muss Bogen und Pfeil bauen. Das heißt... Okay. Aber ich hab nicht so viel Faden. Ich könnte nur... Ich könnte ein Pfeil bauen. Ich baue einfach mal ein Pfeil. Schnell, ich hab schon wieder vergessen. Wie ging der Pfeil? Da oben kommt noch ein Stein hin. Und unten dann die Feder. Okay. Er hat einen Pfeil gebaut. Okay. Oder du kannst erst die Pfeil machen. Ja, jetzt baue ich noch einen Bogen. Aber dafür hab ich noch viel zu wenig... Okay, wie ging denn der Bogen nochmal? Achso, da hab ich drei von... Ich hab die Zahlen nicht gesehen. Ja, okay, okay, dann krieg ich das hin. Dann krieg ich das hin. Okay, das machen wir dann so. Und so. Und so war das. Und dann haben wir noch hier den Faden. Immer... Ja, okay, machen wir halt so. So... Awesome. Let's do this. Nice. Alright. The order of the pig's luck is changing. Aww. Aha. Irgendwie schon sehr ähnlich. In der Tat. Okay, reden mit Lucas. Funktioniert nicht. Reden mit Lucas. Äh. Not sure about useful, but definitely interesting. There is a lot of history in this room. Gut. Schön, dass du hier... Buch? The battle was fierce, but the order of the stone emerged triumphant. Saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. The boat. These five members. Five friends. Five friends. Five... Together would give so much to gain their rightful place. Five... Five heroes. They would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the order of the stone. The stories never mentioned him. This is so crazy. Das erklärt einiges. Wo gehen diese Städte? Sie gehen hoch. Wow. Beste Antwort ever. Okay, wir sind oben. Wow. So, wo sind sie dann? Gabriel sagte, dass, als wir den Tempel finden, der Amulet führt uns zu der Ordnung der Städte. Na, was hast du erwartet? Lass es dann raus. Ist... etwas sollte passieren? Na, das war ein Verbrechen. Da muss sich etwas verletzt werden. Schau mal an und sehen, ob du nichts findest. Okay, wir müssen irgendwas mit dem Amulett anfangen. Kann es sein, dass er Petra ein wenig mag? Also, wen ich mag, mag? Du hast hier ein Buch versteckt. Sehr hilfreich. Okay, wir gucken uns die Karte gleich an. Ich glaube, die Karte wird uns um einiges weiter helfen. Äh, vorher. Das hoffe ich auch. Was ist das hier? Podest. Ach, da kommt's... Nein! Warte, 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 warte! Ah, nein. Ich wollte doch noch mit Rune reden. Amulett verwenden. Okay, vorher möchte ich... Das ist Pflicht. Mit meinem Schwein zu reden. Oh, mein Schwein! Scheint nicht glücklich zu sein. Ich will mir die Karte nochmal ansehen. Bevor wir jetzt beim Podest das Amulett benutzen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt können wir gerne das Amulett benutzen. Ähm... Das Amulett benutzen? Achso, ich kann... Oh. Oh, was haben wir denn da hinten? Schalter? Ah, okay. Ich muss jetzt wahrscheinlich nicht alle anmachen, oder? Das ist ja so ein bisschen... Das ist... Okay. Ja, ein bisschen rumrätseln. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Was passiert, wenn ich den jetzt noch verwende? Das ist auf jeden Fall nicht gut. Vielleicht müssen sie aber... Ne. Ähm... Machst du den nochmal zurück? Na komm... Was ist denn... Jessie! Träum ich nicht. Ne, der war auch nicht schlau. Mann! Oh! Bisschen... Bisschen harbert's. Okay, das hat's absolut nicht gebracht. Haha. Probier's trotzdem nochmal. Ist da überhaupt nichts verändert? Der untere... Okay, es hat funktioniert. Wow. Es ist absolutlich unglaublich. Wie haben sie das gebaut? Okay. Jetzt bin ich empfiehlt. Das sieht aus, wie ein bestimmtes Tracking System. Es ist die Ordnung. Es zeigt, wo sie jetzt sind. Look, wir wissen nicht genug, wie das Ding funktioniert. Vielleicht ist das Amulet nur an, wenn sie auf der Ebene sind. Oder vielleicht ist es nicht funktioniert, wenn sie in der Nieder. Wir müssen gehen, was wir wissen. Wir wissen, was wir wissen. Es gibt nur zwei Lichter auf der Ebene. Wenn es nur zwei Heroien gibt, dann wissen wir, was wir tun müssen. Der Withersturm ist noch da. Wir wissen, dass Gabriel versucht uns etwas zu erzählen. Wir müssen die Ordnung der Bühne finden. Aber es gibt nur zwei Lichter. Es gibt nur zwei Mitglieder. Es gibt nur zwei Mitglieder der Ordnung? Er sagte, Soren ist weg. Das bleibt Magnus. Oder Eligard. Wir gehen. Ich bin nicht mit euch. Ich muss hier bleiben. Wenn ich weiß Petra, sie wahrscheinlich macht alles, was sie kann, um zu finden. Wir brauchen nicht. Na rein, was ich für dich getan habe. Warum stehen die alle auf Petra? Was ist mit mir? Ja, so cute. Ja, so cute. Ich bin... Ich bin auch der Eligard von wegen... Ich meine, das Ding scheint ja ziemlich technisch zu sein. Ich bin sicher, Axel meint Magnus. Jesse, the point is, you should be going to Eligards. It's the clear choice to make. Ja, sehe ich auch so. You're my best. Olivia, you and I are going to Eligards. Awesome. Axel, you stay here with Lucas. And get the place ready for when Petra shows up. What, with that guy? Jetzt reißt's euch zusammen. I'm right here? Come on, Axel. For Petra's sake. Fine. I'll do it. For Petra. I'll take it. Uh-huh. Uh-uh. Oh, nö, 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 nö. Please hurry. Ender Episode 1? Ja, komm schon. Komm schon. Oh, okay. Und direkt ein Teaser. Alles klar. Jesse und Olivia sind zurück in die Nieder, um Eligard zu finden, den Redstone-Engineer zu finden. Und sie finden sich in einem Ort von mechanischen Marvelen. Redstone-Rarity. Amazing Machines, limited only by the imagination of their brilliant Creator. While the great storm grows, consuming everything in its wake. Time is running out for our intrepid heroes. schwarzer Bildschirm. Die Aufnahme läuft noch. Irgendwas hat Plopp gemacht. Achso, die Ruhe vor dem Sturm hat Plopp gemacht. Hast du Ruben weg... Was? Das ist viel zu schnell. Hast du Lukas gerettet oder Gabriel geholt? Du und 97% der Spieler haben Lukas... Echt? Die... Was? Das ist... Die Spieler halten Gabriel auf der Flucht von... Ja, okay. Die Mehrheit hat Lukas dazu überredet, da zu bleiben. Ja, fand ich auch richtig so. Achso, jetzt nochmal in... Dankeschön. Episode 1 der Orden des Steins. Du und 32,9% der Spieler haben Ruben... Angewiesen wegzulaufen. Ich dachte es wäre das sicherste, wenn ich die ablenke und er läuft zurück Richtung Stadt. Mano. Du und 37% der Spieler haben Lukas... Vor dem Eisengall gerettet. Wie, die anderen haben das nicht gemacht? Das war für mich so eine Selbstverständlichkeit. Aber ich dachte ja auch, Lukas steht so ein bisschen auf uns. Aber Lukas scheint anscheinend wie jeder andere Mann in dieser Welt... Auf Petra... Petra zu stehen. Du und 51,5% der Spieler halfen Gabriel auf der Flucht vor... Wann? Weiß ich gar nicht mehr, welche Entscheidung das war. Okay. Du und 25,7% haben Lukas überzeugt zu bleiben. Genau. Das war für mich auch das einzig Richtige. Auch wenn ich immer noch dachte, weil sich da dann was Romantisches daraus entwickeln kann. Aber anscheinend wollen sie ja alle nur Petra. Und nicht uns. Obwohl ich uns awesome finde. Und Leute, ich fand auch diese erste Episode von Minecraft Story Mode echt... Echt awesome. Also... Positiv überrascht. Ähm... Es ist... Es ist weird. Es führt sich nur zum Teil wie ein Telltale Game an. Aber es ist schon so ein bisschen das Feeling mit Entscheidungen und... So kommt schon auf. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Sag ich mal. Also ich bin... Wie gesagt, das hat mir schon Spaß gemacht. Aber es ist jetzt nur nicht so, dass ich wirklich sagen würde... Oh, geil. Mega. Beste Spiel. Hammer. Es war lustig. Es war unterhaltsam. Und ich finde die Story bis jetzt auch interessant. Ich mag... Okay, das muss ich sagen. Ich finde Jessie awesome. Also klar, es kommt halt auch immer drauf an, was für Dialogoptionen man nimmt. Ähm... Aber anscheinend scheine ich immer die richtigen zu treffen. Weil Jessie hat schon stark was von mir. Und... Irgendwie in der ersten Folge war das, als sie einen Spruch gebracht hat. Und danach meinte... Okay, irgendwie hat sich das in meinem Kopf besser gehört. Dieser Satz original könnte auch einfach von mir kommen. Und das macht es halt auf jeden Fall sehr sympathisch. Dass ich mich mit dem Hauptcharakter, mit der Jessie sehr verbunden fühle. Dass ich das Schwein liebe. Aber... Deswegen kam sie auch ein Schwein da reingebracht, weil jeder Schweine liebt. Ähm... Ja. Ansonsten... Spielmechanik ist ganz cool. Also, dass wenn ich einen Kampf habe, dass ich wirklich auf die zulaufe und LT drücke. Das ist ja... Relativ neu. Das war ja jetzt in... Äh... In dem Walking Dead oder Wolf im Manga-Spiel so nicht. Aber das... Das finde ich ganz interessant. Äh... Ja. Wow. Ich glaube, man hat teilweise gemerkt, dass ich mich in dieser ganzen Minecraft Welt nicht so wirklich gut auskenne. Aber ich hoffe, dass es trotzdem unterhaltsam war. Ich fand es unterhaltsam. Und ich lerne so viele neue Dinge. Und zwar, dass ich nur drei kleine Stöcke und drei kleine Faden brauche, um mehr Bogen zu bauen. Und dass das mega schnell geht. Ja. Hahaha. Na gut, Leute. Ich... Kann ich denn... Kann ich denn wegdrücken? Ich kann ihn wegdrücken. Wir müssen ihn jetzt nicht durch... Was? Wollte der eine Episode... Später. Später. Ich wollte jetzt eigentlich nur erstmal hier raus. Mich verabschieden. Äh... Ich lass den... Ich muss ja jetzt den kompletten Abstimmung nicht durchlaufen lassen. Das machen wir dann auf jeden Fall, wenn wir das Spiel komplett durch haben. Aber, ihr Lieben. Das war jetzt nur erstmal die erste Episode. Wenn diese Folge heute rauskam, wird für euch morgen auch direkt die erste Folge von Episode 2 kommen. Genau. Punkt. Was lädt es da jetzt so lange? Okay. Jetzt ist es wieder am Startbildschirm. Hier wollte ich genau... Hier wollte ich auch gerne hin. Denn hier würde ich mich gerne von Episode 1 verabschieden. Zusammen mit euch. Von euch verabschieden. Und von Episode 1. Verwirrend. Ein wenig. Aber das kennt man. Okay, leider. Wie gesagt. Wenn heute die Folge rauskommt, geht es morgen mit Episode 2 weiter. Ich bin gespannt, was da noch alles so kommt. Auf jeden Fall schon mal angefixt. Hoffentlich bleibt das so gut. Wenn es sich nicht sogar noch ein bisschen vom Emotionalen her, wie man es halt von Telltale kennt, noch so ein bisschen steigert. Das würde mir als sehr gefallen. Wir warten ab. Okay. Leider. Wie gesagt. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal zu Beginn Episode 2. Dann wieder mit dabei. Bis dahin. Ihr seid.